Geht wieder los. Okay, Prost. Wir wollen ja jetzt einen Petheraton oder irgendwie einen Flugdino uns mal sammeln, beziehungsweise zähmen, um dann ja so ein bisschen mal rumzugucken, Allah, was von hier so in der Gegend so abgeht. Genau, also Plan ist jetzt, wir ziehen los mit ganz großen Schritten, fassen dem Kalle von innen an die Schulter. Ahahaha, da kommt Freude. Ja, und dann machen wir ein paar Dinos weg. Zack, zack, zack. Finde ich gut. Glauben Ameisen an Gott? Wieso? Glauben Ameisen an Gott? Nein, weil sie sind Insekten. So, wollen wir los? Ja, heute mal ein bisschen zusammen durch die Gegend streifen. Wir wollen jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Sachen sammeln, damit wir... Ein bisschen Sahne machen. Und da hinten schon so ein Petheraton. Ja gut, dann sind die ja wenigstens hier schon mal... Ja, ja, die switchen hier überall rum. Mach dir mal gleich ein paar Sperre und Bolas. Ja, hab ich. Ja? Ja. Belohnend. So. Lauf gegen die Laterne, oder? Hier wird überall gefallen. Ja, ja. Hier wird überall gefallen. Guck dir das mal an. Alle boxen sich. Oh, hier sind Biber. Oh, dann pass auf. Also, die machen ja nichts, bis du was von denen snackst. Ja, will ich ja nicht. Nö, willst du ja nicht. Ist ja ein Wetter. Gut, dann können wir jetzt loslegen. Also, das Geile ist, die ganzen Roboter hier boxen halt alles weg. Die flexen richtig den Laden dicht. Ja, und wir können gleich einfach das... Wir können einfach hin und die ganze Zeit mit Echsen alles abbauen. Ja, ja. Entweder Kack oder vergammeltes Fleisch. Wie nennen wir den? Henning? Ist auch so ein kleiner Mistkäfer, ne? Ja. Ein kleiner Stinker. Henning West können wir ihn nennen. Alter, der eine Stego in meine Blickrichtung. Der ist übel low. Den brauchst du nur ein paar Mal mit dem Sperr. Einfach draufstechen. Ganz schnell in den Kopf. Ganz schnell, bevor du überhaupt reagieren kannst. Härter, härter. Fest. Jetzt mit der Axt. Mit der Axt. Rein. Haben wir ihn. Oh, war ein einfaches Ding, Allah. Geil. High Five ist übrigens wieder cool. Ach so? Ja. Okay. Müssen wir öfter machen. Ich habe jetzt 274 Leder. Ey, dann brauchen wir gar nicht mehr so viel, weil ich hab... Aber wir brauchen vor allem Chittin jetzt. Eigentlich müssten wir ihn umbringen. Wollen wir ihn umbringen anstatt 10, Henning? Weil wir brauchen so viel... Also wir kriegen die... Nee, das ist kein Problem. Das große, dicke Ding eben weggemacht, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt am Mistkäfer sterben, dann müssen wir echt deinstallerieren. Ich glaube, der Große hat ihn einfach nicht getroffen. Und? Oh, da ist er weg. Warte, warte, warte. Ich hab 41 Schittchen mehr. Ich 39. Ja, moin. Moin. Schmeckt. Erstmal kackt. Da liegt jetzt noch Fleisch. Das nehmen wir mal wieder mit. Nein, das habe ich weggeworfen, weil... Du isst halt, was ich wegschmeiß. Nee, ich isst das nicht. Ich packe das in die Narkotik. Oh, das heben wir auf. Hier. Oh, da... Oh, da liegt ja was. Lecker. Lass Insekten ficken. Ja, wo sind die denn gewesen, Alla? Ich bin unten. Hier kommen Insekten. Hier ist das übelste Sumpf. Ich dachte, wir gehen zurück, Alla. Das ist der übelste Sumpf. Hier kommen Insekten. Hier, die Schnecken geben auch unnormal Fischettin. Komm doch her! Ja, ich muss doch mal erstmal hier auf meine Scheiße warten, Alla. Drück mal Plus. Immer wenn die Kacke weiß ist, musst du scheißen. Sonst geht es auf die Ausdauer oder so. Und auf den Magen. Ist nicht gut, Alla. Dann nachspülen. Muss auch aufpassen. Wo bist du denn? Ja, bist du dumm. Du bist gerade original mir vorbeigerannt. Ist das in der Ernst? Da stehst du. Alter. So, jetzt hier. Fick die. So. Ist schon dumm, ne? Nee, die hat sich jetzt eingebunkert. Wir müssen sie erst wieder rauskommen lassen. Haben wir die hier nicht von der Seite? Nein. Wir müssen die rauskommen lassen. Okay, komm mal raus aus deinem Haus. Ich glaube, du musst von hier weg. Bisschen weggehen. Jetzt ist sie raus. Und wieder auf den Kopf. Und wieder weg. Ich lege mich ins Gras. Guerilla. Jetzt sehe ich nicht, ob sie... Nee. Sie ist... Nee, komm mal weg. Noch weiter weg. Immer noch nicht. Wir pirschen uns an die Schnecke ran, Alla. Jetzt! Attacke! Scheiße. Alter, ist die Tanki. Oh, hier sind wir... Oh, hier sind wir... Scheiße, Käfer, Alla. Oh, der ist aber... Wollt ihr weg, hier, nackig. Oh, der ist... Oh. 18. Oh, shit. Ja, aus Versehen. Oh, hallo. Alla, Gibi. So, wir haben hier mal... 120 hier noch. Hier sind keine Quacksfolie. Wie viel hast du? Ich weiß ihn noch nicht. Alter, Mikroraptor machst du erst mal weg. Ja, wir gründen dir. Bam, hab ich den Arsch gefickt. Boah! Der ist hier den weggefüllen, ey. Bam, nochmal drauf. So, dann kommt mal. Die liegt kacke. Schöne Scheiße. Krokodil. Oh. Oh, der läuft aber auch. Der hat richtig Lust. Aber der stuck da am Dings. Ja, ja, trotzdem. Safety first, Kalle. Ja, ja, ja. Wenn wir jetzt sterben, wir ultra unnormal entlohnen. Mega Neura bitter. Dilo. Neura bitter. Boah, ich weiß noch, bei Dodo Wars habe ich irgendwie so drei Jahre, so fast eine halbe Folge, auf so eine Schnecke eingehauen. Kalle. Kalle. So, lass hier hoch. Wo bist denn du? Ich bin hier unten noch. Oh, du bist aber auch immer so schnell. Oh. Oh, ist die Schlange. Oh mein Gott. Schlange, Schlange. Ja, 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 ja. Lauf, lauf, lauf. Ich schieße dir in den Kopf. Oh mein Gott. Fick die, fick die. Einfach drauf. Hä? Ich mach, ich mach, ich krieg keinen Hitmarker. Ja, ich hab gepasst. Ich hab nochmal gepasst. Oh, jetzt ist er da. Die Schlangen sind meine Untertanen. Urashimaru, geh nach Hause. Gifte einer. Titan Bohr. Titan Bohr. Titan Bohr. Titan Bohr. Oh, nochmal. Oh, nochmal los. Oh, Prost. Geh lang. Ich hab Orientierung. Trust, trust du mir? Nee. Ich hab dein Merch an. Ja, dann trust ich dich. Gut, komm. Dreh dich mal nach links. So, jetzt lauf. Bis da hoch. Einfach geradeaus. Nee, andere Richtung. Genau andere Richtung. Ja, ich hab mir gerade hinterhergezogen. Oh, ich muss mal in die Höhe. Kalle, jetzt stirbt mir nicht. Oh, jetzt kann ich das nicht laufen. Oh, scheiße. Anderes Gerät. Ja. Geil. Machen ruhig, machen ruhig. Entspann dich. Ich bin der Kalle Puppalle. Lalalala. Ich hab keine Ausdauer. Kalle Puppe hat keine Ausdauer. Wir müssen warten. Du meinst also, wir müssen hier durch, ja? Ja. Gut. Ohne Angaben mit Gewehr. Äh, alle Angaben ohne Gewehr. Ohne Angaben mit Gewehr. Ja, lecker. Oh, die kam schon wieder. Ekelhaft. Bah. Hinlegen. Wie du aussiehst, ey. Wie du aussiehst. Du hast richtig Haare im Gesicht, ey. Du bist richtig der Affe. Und weiter. Mikroraptor sind die ekligsten Viecher. Die darfst du nicht nehmen lassen. Oh, du kriegst da Ärger, ne? Von diesen Drohnen, ey. Guck mal, hinter dir. Oh, leu. Weg, weg, weg. Alter. Greifst du den an? Klar, Alter. Yo. Zerplatzt. Christian, hast du rausgefallen. Aufklärer. Normal. Oh. Oh. Warte mal. Enforcer. Ja. Der zerkloppt mich komplett. Gedrückt halten, dann kannst du weiter. Schön. Äh. Ich bin bei dir gespawnt. Ich bin so krass. Ja, ja, ja. Hauptsache, du stirbst nicht. Er guckt meine Hände an. Warum hat der denn angegriffen? Ich glaube, weil wir gegen die Drohnen gekämpft haben, oder? Fand der nicht gut. Übrigens, ich hab mich verlaufen. Also verlaufen per se nicht. Warum sind wir denn nicht genauso zurückgelaufen, wie wir gekommen sind? Das habe ich ja versucht. Aber so hin- und rückweg sieht immer komplett anders aus. Ah, hier war ich schon mal. Ja? Den Stein habe ich schon mal versucht abzubauen. Das weiß ich ziemlich sicher. Das heißt, wir sind hier... Ich würde jetzt hier und dann links. Ja, genau, genau, ja, genau. Ja, ja, das würde ich auch machen. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Nee, da vorne ist es doch. Oh, gut. Na, doch, 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 doch. Du könntest recht haben. Das wäre der Wahnsinn. Wenn ich mal recht... Doch, da vorne ist unsere Hütte. Da ist es. Siehst du sie? Nee, aber ich bin mir sicher, dass ich... Die Überdachte kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Das Dach... Das Dach... Dach... Wie viele brauchen wir denn? Wir haben jetzt 48 aktuell. Also, wir brauchen Bolas. Hast du noch ein paar Bärchen? Ich hab doch die. Hast du den Trakt oder nicht? Ja, ich hab richtig ausgesehen. Du bist doch voll süß und dann scheißt du einfach so. Genau. Hast du jetzt noch Bärchen oder nicht? Haben wir noch Steine oder nicht? Wie viel Narcotics haben wir denn? 52. Ah. Langt oder langt? Langt, lange. Lüppt der Lachs. Lachs? Hä, B-Raffler? Hä? Wer ist das? Jetzt noch ehrlich, hast du dich mal irgendwie unbenannt oder so? Nein! Der schläft! Hä? Vor allem ist der Level 2. Okay, das ist mega unheimlich, oder? Ey, Raffia, wer bist du, Allah? Ja, lass los. Ich steche ihn ab. Ja, dann steche ihn ab. Ja, wir lassen uns auch mal wieder aufhalten. Wir brauchen Feide. Level 2. Hast du das gehört? Ja, ich hab's gehört. Ich steche ihn ab. Komm mal ein bisschen in meine Richtung. Ich bin hier gerne an diesem Baum. Kommst du nicht weg, Allah? Nimm mal einen Meter. Einen Meter und die Felgebaum. Okay, ich bin noch einen davor gegangen. Hä? Ich bin schon einen davor. Noch einen? Einer? Oh, bin ich nah dran? Oh, wie das aussieht. Noch einen? Ja, gut. Mehr gibt's nicht. Ich bin kaputt. Ne, mach nicht wieder meine Rüstung kaputt, bitte. Ah, du Pisser. Du hast mir die Schuhe kaputt gemacht. Du hast mir die Schuhe kaputt gemacht. Oh, der geht gerade runter. Der hat keine Ausdauer. So, jetzt. Schon mal laden. Alter, geh mal aus dem Weg. Mach, 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 mach. Der hebt gleich ab. Hab ihn. So, jetzt. Schön in den Kopf. Stopp. Oh, das ist... Und der ist weg. Ah, ah, ah. Wegstecken, wegstecken. Der ist Level 85. Das ist richtig gut. Tu Narkotik rein. Ich hab glaube ich gar keinen dabei. Ich geh mal ein paar Bärchen sammeln. Hast du keinen Narkotiks? Hast du alles in Pfeile gemacht? Ja. Ich hab dir gesagt, wir brauchen 20 Pfeile. Insgesamt. Maximal. Wir haben gewettet. Ich hab dir die Hand drauf gegeben. Wo sind meine Narkotiks? Wenn der jetzt mit 85 wegflatter gleich... Flatter ich weg. Ich hab noch vier Narkotiks. Kauft Kalle Merch. Hä? Na, was macht die Bohler? Wann krieg ich die mal weg? Geh das irgendwann weg? Geh die mal weg, oder was? Jetzt weißt du, warum wir bei Dodo Wars ohne Bohler spielen. Wer das getroffen hat, hat den Kampf gewonnen. So, wie nennen wir ihn denn? Falko? Kampf, Falko. Willst du den Sattel draufsetzen? Gerne. Dann brauch ich den. Die Scheide. Wie geh ich jetzt rein? Oh. Oh ja. Jetzt T. Nee, C. C. Oh, der macht ne Fassrolle. Wiii. Ich guck gern hier. Was ist, wenn die Ausdauer weg ist? Dann gleitet der einfach runter, oder fliegt? Der macht diesen Schlossflug. Wie eben. Oh, Penis. Du hast Penis geschrieben. Ja. So, und jetzt ab dafür. Und deinen Freunden auch. Ja, siehste. Influenced! Alter, die Haare. Oh, da geht einer runter. Da geht einer runter. Hol ich mir, Uli. Und rein in den Kopf. Und der ist auch 85. Läuft. Und rein in den Kopf. Ah, der andere hatte jetzt noch die Narkotiks drin, ne? Ne, hab ich rausgenommen. Oh, du bist so schlau! Max, du bist schlau! Wirklich. Schön! Dann können wir in der nächsten Folge ja mal ein bisschen rumflyen. Wie nennen wir sie denn? Vera? Ja, also wenn Falco, wenn du jetzt ein Weibchen für Falco besorgen würdest, wie würde sie heißen? Genie! Genie, kennst du nicht von Falco den Song? Genie? Quit livin' on dreams, just a lonely little girl in a cocoa world! Genie! Ja! Los geht's! So, dann nennen wir... Wie heißt es? So, Genie. Also J-E-A-N... Nein, nicht Jenny. N... Und N... Y... Jenny. Ja, nächstes Mal geht's auf die Jagd! Dann tschüss, bis zum nächsten Mal! Jagd! Achso, schreib mal Sachen in die Kommentare! Haben wir neuuuut! Ich hab Hunger! Mmm net reine. Da guys! guy flops! new Possee Strips Ich schreib auf